Eine SBC, die du unbedingt machen musst. 50 K-Set, Bernardo-Silber, Draft-Experiment Nr. 2. Auf geht's! An die smarteste Community auf YouTube herzlichen Willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch zum nächsten Video. Jungs, schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr aufgestanden seid oder beziehungsweise auf das Video geklickt habt. Denn heute wollen wir uns über das beschäftigen oder um das beschäftigen, was gestern rausgekommen ist. Und da ist eine SBC dabei, die müsst ihr unbedingt machen. Bis weiter haben wir Bernardo-Silber, wir haben wieder Draft-Rewards, wieder drei Siege. Und wir werden das 50 K-Set aus den Top-Partien öffnen. Mal schauen, was wir da rausholen werden. Wenn euch das ganze Video gefällt, würde ich mich persönlich riesig freuen, wenn ihr dem ganzen Video einfach einen Daumen nach oben geben würdet. Kostenlos, Abo wäre natürlich sensationell. Ganz, ganz, ganz viel Liebe geht natürlich an jeden Einzelnen raus. Und falls du da draußen Bock hast, dass wir vielleicht morgen oder übermorgen ein Video bringen, wo ich die ersten FIFA 21 Predictions raushaue. Und zwar zum BVB. Dann schreibt mir das gerne in die Kommentare, beziehungsweise einfach einen Daumen nach oben da lassen. Relativ simpel. Und damit wollen wir eigentlich direkt reingehen. Und zwar gehen wir direkt rein in die ganze Schose. Squad-Building-Challenges. Und da wollen wir natürlich reingehen in eine Sache, die wichtig ist. Und zwar ist das zum allerersten Mal Bernardo-Silber. Der hier rausgekommen ist mit dem 94er-Rating. 227.000 Münzen bezahlte für diese Karte. 1,73 groß, hoch, hoch, 4,4. Richtig gute Stats, gar keine Frage. Wir haben hier 99 Austausch. Die Stärke ist leider nicht ganz so hoch. Aber viele haben sich halt Bernardo-Silber nochmal gewünscht. Weil es gab ja die Player-Moments-Karte. Jetzt gibt es endlich noch eine verbesserte Version. Ich hätte mir natürlich vielleicht einen 5-5 gewünscht. Beziehungsweise einen 4-5 oder einen 5-4. Wie auch immer. Trotz alledem wird die Karte nicht schlecht sein. Sie ist absolut meta. Wir haben 99 Beweglichkeit, 99 Balancen, guten Abschluss, gute Sprintgeschwindigkeit mit einem guten Tempo. Dazu die Ausdauer, Aggressivität, das passt alles. Aber ich glaube, jede einzelne SPC, die jetzt mittlerweile rauskommt, die geht auf jeden Fall klar. Das sind ja nicht die Schlechtesten. Das ist ein 85er-Team, zweimal werden gefordert, plus wieder das gemischte Kader-Ding. Wo es wieder ein seltener Spieler-Pack gibt. Ja, die sind ja auch sehr, sehr schwer. Und ja, mal schauen. Schreibt es in die Kommentare. Macht ihr ihn? Habt ihr Bock auf ihn oder eher nicht? Gehen wir weiter zu der SPC, die noch rausgekommen ist. Unter anderem sind die neuen Top-Partien draußen. Für 13 SPC, die hatten wir ja, glaube ich, schon gestern. Plus den Sommerhitze-Wahltag. Und gerade diese SPC-Jungs, wo es zwei 83-Plus-Spieler gibt. Die sollt ihr unbedingt machen. Warum? Relativ simpel. Erstens kostet ihr euch 11.000 Münzen. Denn wie ihr seht, müsst ihr nicht viel abgeben dafür. Ihr braucht 45 Chemie, Spielerqualität ganz genau Gold. Und selten sollten es mindestens zwei sein. Mehr braucht ihr nicht. Das war's. Und jetzt, gehen wir mal ganz kurz drauf ein. Ihr bezahlt 11.000 Münzen, kriegt zwei 83er. Und die 83er kosten gerade 5.000 Münzen. Die guten Linkbahnen kosten vielleicht sogar nochmal ein Stück weit mehr. Was bedeutet das? Relativ simpel. Wenn ihr hier mehr als zwei 83er raus solltet. Selbst wenn es zwei 84er sind, die gerade 7.000 Münzen kosten. Macht ihr damit Gewinn. Deswegen kann ich euch echt nur empfehlen. Schließt diese SPC unbedingt ab. Und die ist wirklich absolut nicht schwer. Ja, die hat fast gefühlt jeder im Verein. Also Abfahrt ist angesagt. Machen wir weiter mit der nächsten SPC, die wir natürlich auch abschließen werden. Und zwar sind das die Top-Partien. Da gehen wir ganz kurz durch. Wir haben Spurs Arsenal, Porto gegen Sporting, Basel Young Boys und Turin gegen Genua. Gehen wir ganz kurz rein in die ganze Sache. Wir geben natürlich die zwei Teams auf jeden Fall ab. Das ist einmal das ganz normale Premier League Team mit Jovinko und Gormis, die ich euch vorne im Sturm auf jeden Fall empfehlen kann. Da haben wir Porto gegen Sporting. Da haben wir eigentlich nur komplett Bundesliga gebaut, bis auf drei Spieler aus der Liga NOS. Das geht auf jeden Fall klar. Am Turin gegen Genua, wo wir auch wieder Bundesligaspieler abgeben. Natürlich auch Serie A und Premier League, sowie zweite englische Liga. Plus nicht zu vergessen die letzte Liga mit Basel gegen BSC Young Boys Bern. Und dafür kriegen wir ein 50-Kassett, was wir natürlich auch ziehen werden. Nicht zu vergessen die Food 13 SPC, wo es nochmal ein 94er bis 91er untradable gibt. Die kostet euch übrigens knapp 12.000 Münzen. Also auch da, ja, einfach 85er, 86er und wären im Plus. Ich bin gespannt, was wir ziehen werden. Danach machen wir natürlich noch unsere Draft Rewards auf. Denn ich möchte es trotzdem wissen, schafft mir es wirklich immer Plus zu machen. Und da, ja, müssen wir mal vielleicht ein paar mehr Drafts spielen. Das habe ich heute getan. Wie gesagt, wir haben drei Siege damals geholt. Ich bin auf jeden Fall gespannt und wir sehen uns beim ersten guten Pack wieder. Okay Jungs, wir gehen durch beim Prime Electrum Spieler Set. Bekomme hier sogar ein Walkout und das sieht mir nach einem Inform aus. Das ist Frankreich und das ist meistens gut. Ja, es ist Dokuré. Na, 86er wenigstens. Wenigstens der 86er in Form, der geht in Ordnung. Der kostet wahrscheinlich absolut gar nichts mehr. Aber das geht auf jeden Fall klar. Im Übrigen guckt wirklich eure Spieler durch, wenn ihr welche zieht. Die könnten echt gut was wert sein. Gerade 80er bis 82er. Da denkt man gar nicht, was man eigentlich rausholen könnte. Aus dem kleinen Prime-God-Spieler Set gehen wir auch durch. Mit einer Special-Card und das ist, wenn mich nicht gar alles täuscht, ein Belgier. Das ist Innenverteidiger. Das ist ein Totti-Nominee. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass es ein Team of the Group-Stage wird. Aber 88er, Werthonken geht klar. Der hat ungefähr einen Wert von 33.000, 30.000 Münzen. Und das sieht sehr, sehr gut aus. Gerade aus diesem kleinen Set. Sahavi, 81er. Auch der geht bestimmt für knapp 1.000 Münzen weg. Aber, wie gesagt, knapp 30.000 kriegen wir durch Werthonken. Kommen wir zu den drei interessantesten Packs. 2x83 plus, 1x84 bis 91 und unser 50k Set. Wir starten erst mit dem einen einzigen Spieler. Da ist die Grenze gesetzt. Bei 91, da ist Schluss. Was kriegen wir hier? Wir kriegen nochmal einen Walkout. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Spanien, ZOM, dann kann es nur eigentlich David Silva werden. Mit einem 89er Rating. Und das ist fast die Höchstgrenze. Und da können wir mehr als zufrieden sein. Gerade wenn wir dahin bedenken. Wir haben gerade mal 11.000 bis 12.000 Münzen ausgegeben. Und wir kommen jetzt einen Spieler, der knapp 40 kostet. 2x83 plus Spieler. Wir wollen, ganz wichtig, beide Spieler haben die mindestens 84er Rating hat. Weil dann wird es die SPC sowieso reinholen. Wir gehen rein. Komm schon. EA gibt uns keinen Walkout. Und er gibt uns einen Brasilianer, Linksverteidiger. Und das könnte Marcelo werden. Und das ist sogar Marcelo. Und der geht auf jeden Fall klar. Die Frage ist, was ist dahinter? Wir hoffen natürlich weiterhin 85er oder 84er. Weil das würde uns natürlich nochmal ein bisschen mehr ins Plus begeben. Ja, Allaire leider Gottes nur mit einem 83er Rating. Aber Marcelo kostet schon alleine 19k. Und schon alleine deswegen. Plus Allaire mit 6k. Machen wir knapp 25k. Ausgaben 11.000 Münzen. Auch das zeigt mal wieder. Macht unbedingt diese SPC. Ja, macht sie unbedingt. Das letzte Pack, was wir haben, kommt aus den Top-Partien. Das ist nochmal tradable. Das 50k-Set. Danach gehen wir weiter mit den Draft-Rewards. Ich bin da auch gespannt, ob wir da unsere Quote halten. Und das habe ich so lange nicht mehr erlebt. Wir bekommen in einem 50k-Pack. Und das ist so typisch Smack-Seal. Kein Spieler über 82. Florenzi ist unser Bester. Wow. Hype in den Chat. Grüße gehen raus. Ja, wir wollen uns nicht beschweren. Wir haben David Silva gezogen. Und Wertonk. Das geht in Ordnung. Aber trotz alledem. Diese Spieler. Ja, man hätte sich schon gerne mehr gewünscht. Aber selbst die hier gehen vielleicht noch für ein bisschen was weg. Aber trotz alledem. Das war nix. Machen wir weiter mit den Online-Draft-Belohnungen. Wie gesagt, drei Siege haben wir geholt. Wir hatten übrigens 100 Prime-Moments. Richtig, richtig stark. Und Saint-Maximin-Food-Birthday. Den haben wir im Sturm gespielt. Ich bin gespannt, was wir rausholen werden. Letztes Spiel leider 3-0 verloren. Wir bekommen wieder 2,25 K-Packs. Und auch da ist natürlich die Chance, was Gutes zu ziehen, definitiv da. Die Frage ist, was werden wir ziehen? Werden wir wirklich mit über 15 K rausgehen oder nicht? Ich habe ja gestern das schon im Video erwähnt, dass es eigentlich recht gut funktionieren sollte. Gerade mit diesen Packs. Wir kriegen 24 Spieler. Und wir gehen durch. Und wir gehen durch mit einem Walkout. Und das müsste eigentlich schon die 15 K wieder reinholen. Wir haben Deutschland, Stürmer, Leverkusen und das müsste Volland sein. Und das ist ein 84er-Inform. Und der müsste eigentlich uns schon mindestens, also er gibt uns mindestens 10 K. Aber 15 könnte er auch schon geben. Was ist dahinter noch? Beargrine. Das war es dann aber auch schon. Okay, der ist Abschluss. 10 K. Gehen wir kurz auf Beargrine. Da der ja Premier League ist, könnte der sogar schon an die 3.000, 4.000 Münzen gehen. Ja, das sieht sehr gut aus. Also auch hier mit diesem Pack haben wir es so wieder reden, wenn wir alle Spieler verkaufen, locker schon die 15 K rausgeholt. Also auch das ist sehr, sehr gut. Experiment mal wieder bestätigt. Guck mal rein. 2.25er. Da gehen wir diesmal nicht durch. Aber unsere Hoffnung läuft natürlich. Auf 80er, 81er, 82er aus den großen Nationen. Wir kriegen einen 79er-Hype in den Chat. Cool. Aber trotz alledem könnte da noch ein bisschen mehr Plus drin sein. Mimedi ist doch mit am Start. Also ihr seht schon, die Spieler kriegt er wahrscheinlich für 850 bis 900 auf jeden Fall weg. Niklas Stark, auch er ungefähr Tausender, 2000, was er da rausholt. Also wir haben auf jeden Fall wieder Plus gemacht. Mehr wollten wir nicht. Und damit können wir direkt ins nächste Draft starten und das dann als nächstes Experiment mal wieder in dem Video nutzen. Wenn euch das ganze Video gefallen hat, würde ich mich persönlich riesig freuen, wenn ihr dem Ganzen einen Daumen nach oben gebt. Schreibt gerne eure Draft-Erfahrungen rein. Eure Erfahrungen, was die Packs angeht. Macht auf jeden Fall die Sommerhitze-Waltag-SBC. Und damit bin ich raus. Kuss geht raus. Haut rein. Macht's gut. Ciao, ciao. Outro Outro Bis zum nächsten Mal.